Wir befinden uns in Dresden am Messegelände zum großen Tourabschluss der Techno World Tour von Electric Callboy. Ausverkauftes Haus, ich erwarte viele Leute in Kostümen und einfach puren Abriss. Wie die World Tour so war, könnt ihr euch am 20. März im Kino eurer Wahl angucken. Wie es heute hier in Dresden ist, erfahrt ihr bei uns beim PIT Report. Viel Spaß mit den Highlights vom Electric Callboy Konzert in der Messe Dresden. Wir sehen uns im PIT. Summer, move the hot sand, honor my feet. Cold beer, cheap wine, yeah that's all that we need. We got the moves. Haben wir zufällig ein paar Ninjas am Start? Let's go! No, 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 no. Where it is, where it is saying. I'm gonna start the party, what's in line? Wir wollen heute alles geben und alles bekommen. Es ist tatsächlich der Rind, es ist Wigit, das muss man auch mal so deutlich sagen. Wir haben die letzte Show in Europa mit unserem Techno-Ambau. Und wir haben ewig, ewig, ewig viel verletzt bekommen. Es ist auch alles, was wir hier sind. Und wir können den Scheisspielen. Ey, ich bin dabei. Seid ihr auch dabei? Buhuuhu. Gubi, guubi. Buhuuhu. Tschüss. Buhuuhu. 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 Das ist eine unfassbar geile Energie. Ich glaube, das spürt ihr auch, oder? Und das Geilste ist, heute ist Samstag. Das heißt, auf! Wir haben hier vorne ein kleines Mädchen, das uns die ganze Zeit zuwinkt. Wir haben überall eine Familie, die zusammen hier sitzen. Und ohne Scheiße, dass Gott dem Jungs entgegen bin und die Sänger auseinander aufpasst, Finde ich so unfassbar geil, danke schön. Bitte, 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 macht weiter so. Wahnsinn, bitte. Wo rudert ihr hin, Jungs? Einfach erstmal der Sonne nach, ne? Der nächste Song ist perfekt zum Springen gedacht. Ich bin mal gespannt, wie die Ruder bei der Tremel mitgemacht. Aber ich lasse mich überraschen, Leute. Jetzt für euch. Ich bin mal gespannt, wie die Rad sind verbreitet. Oder ich Animat. Ich bin mal gespannt, wie die Uni ist. Das war der Untertitel. Das war der Untertitel. Das war der Untertitel. converteintemisch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Glockenzeichen Das ist der beste Tag der Welt! Warte, Warte! 1, 2, 3, wir beginnen! Das ist ein Mann, das ist ein Mann! Das ist ein Mann! Ich fahr'n dickes Auto, ich brauch' so was nicht, ich brauch' kein großes Kevin. Wir sind auch hier, um den Leuten zu danken, vor allem an diesem Tag, der wahnsinnig besonders ist, um denen zu danken, wir dafür sorgen, dass wir überhaupt hier stehen können und das seid nicht nur ihr, sondern vor allem unsere Familie, die Leute, die ihr gerade seht und die Leute, die ihr nicht seht, die Leute, die im Hintergrund arbeiten, die Leute, die jeden Tag diese Bühne aufbauen, unsere Familie, unsere Team! Das ist, das ist unfassbar schön Dressen, vielen Dank, Dankeschön. Das Problem ist nun, der Nico hat euch gesagt, die sollt ihr jetzt rausholen, die Dichter, die brauchen besser gar nicht. Deswegen mal 1, 2, 3, runter! Und wieder 1, 2, 3, hoch! Runter! 1, 2, 3, hoch! Geil! Jetzt können wir da umlaufen, lass sie um, lass sie um, lass sie um! Let it go, let it go, can't go back anymore. Let it go, let it go, turn my back and stand in the door. Don't miss me, I'm Mary Kay. And then it goes my little seat. Swish without. Yeah! Jubel! Der nächste Song ist der letzte Song. Geil! Bitte mal ein Riesen-Alarm für Masato von Colo Drain! Das ist nicht mein Leben! Du hast es! 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 Ich will mehr! Ich will mehr Waves! Ich will mehr Waves! Du hast es! Du hast es! Ich will mehr Waves! Ich will minha Waves! Ich will mehr Waves! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.